Adieu. Ich wage nicht, dir tausend zärtliche Namen zu geben und mich unbeherrscht meinem Antrieb zu überlassen. Ich liebe dich ja tausendmal mehr, als ich denken kann. Was bist du mir teuer. Und was bist du hart gegen mich. Du schreibst mir nichts, siehst du. Das musste ich dir noch sagen. Ich fange wieder an. Und der Offizier geht indessen. Was liegt daran? Mag er gehen? Nein, ich schreibe mehr für mich selbst, als für dich. Ich brauche eine Erleichterung. Du wirst Angst bekommen, wenn du siehst, wie lang dieser Brief ist. Du wirst ihn nicht lesen. Was habe ich nur getan, um so unglücklich zu sein? Warum hast du mir mein Leben vergiftet? War ich doch ganz woanders zur Welt gekommen? Adieu. Verzeih mir. Ich kann dich ja nicht mehr bitten, mich zu lieben. Schau, was aus mir geworden ist. Adieu. Dritter Brief Was soll aus mir werden? Was willst du, dass ich tun soll? Wie bin ich weit von allem, worauf ich seinerzeit vorbereitet war? Ich hatte mir vorgestellt, du würdest mir von allen Orten schreiben, durch die du kämst, und dass deine Briefe recht lang sein würden. Du würdest meine Leidenschaft unterstützen durch die Hoffnung, dich wiederzusehen. Ein vollkommenes Vertrauen in deine Treue würde mir eine Art von Gelassenheit verschaffen, sodass mein Zustand mindestens erträglich sich gestalte, ohne übertriebene Schmerzen. Ich ging sogar so weit, flüchtig zu erwägen, wie ich meine Kräfte verwenden könnte, um meine Leiden loszuwerden, falls mir eines Tages die Gewissheit entstünde, dass du mich ganz vergessen hast.